Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind ja einer der ganz wenigen, würde ich sagen, globalen Player am neuen Markt. Wir haben Kunden weltweit. Mit Biodata ist hier zum Beispiel ein Unternehmen, das ich jetzt besucht habe, das in diesen Tagen Aktie des Jahres geworden ist. Ein absolutes Zukunftsunternehmen. At this moment we are the fastest growing IT security company in the world. Also hier standen Stahlregale, den Produkten. Letzten Endes war das ein Gemüseladen, die mit wenigen Umsätzen riesige Verluste gemacht haben. Das ist mein Highlight. Mein Highlight ist wirklich, dass ich so ein, ich habe ein Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass andere auch so ein Gefühl haben. Und auch wenn wir es jetzt vielleicht noch nicht so ganz greifen können, ob wir es an Zahlen festmachen können. Ich habe einfach keinen Bock mehr da drauf. Es ist ganz einfach. Es sind jetzt vier Monate kälter, die fehlen und das 13. Monatsgehalt noch. Wenn man sich so richtig überlegt, weiß ich gar nicht, warum wir das alles überhaupt noch so mitmachen. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß, dass ihr das Thema Malaysia-Projekt nicht mehr hören könnt. Ihr glaubt nicht mehr dran? Fein. Dann glauben wir alle nicht mehr dran. Dann setzen wir uns jetzt hin und sagen, kommt nicht. Ja, manchmal könnte ich heulen. Jetzt liegt hier so ein bisschen so, dass das alles wieder so ein bisschen kommt, dass es jetzt wieder kribbelt. Ich weiß, wie vielleicht nicht mehr.